Hallo und willkommen zum mittlerweile sechsten Video der Heart of Thorns Preview von NCSoft hieraufgehtnews.de. In dieser Ausgabe kümmern wir uns um einen der Vivan-Fights. Ich glaube man spricht es Vivan aus oder Vivan? Ich glaube Vivan müsste richtig sein. Der Fight ist bereits so ein bisschen durch den Blogpost bekannt geworden und auch bereits hier in der Demo können wir uns mit diesem Drachen oder mit dieser drachenähnlichen Kreatur anlegen. Ihr müsst dazu in Verdonbrink, dem neuen Gebiet, das Meta-Event hier relativ am Anfang des Gebietes so weit bringen, dass ihr das abgeschlossen habt und dann taucht dieser Gegner oben am Himmel auf. Ihr könnt mit einem Helikopter hochfliegen und euch dann dem Kampf stellen. Ich spiele hier Revenant so ziemlich das erste Mal, das war noch relativ früh in der Demo. Also ich werde dementsprechend häufig hier sterben, wir sind auch relativ wenige Spieler. Es gibt einige interessante Phasen bei diesem Bossfight. Wir haben eine Phase am Boden und wir haben eine Phase in der Luft. In der Luft ist er, würde ich schon fast sagen, gefährlicher als am Boden selbst. Ihr seht, er macht diese Feuerfelder und fügt uns damit relativ viel Schaden zu. Man kann die Flugphase wohl verhindern, das lässt sich aus dem Blogpost schließen, wenn man ihn kurz bevor er abhebt so sehr zählt, dass er die Stapel trotzig verliert. Und dann ist er auch in der Luft zum Beispiel für Fernkämpfe angreifbar. Das haben wir allerdings hier nicht hinbekommen. Während er am Boden ist, ist er ein bisschen einfacher zu besiegen. Er hat allerdings hin und wieder, oder vor allem zu Beginn, kurz nach der Landung, diese Phase, wo er mit den Flügeln wedelt und einen quasi durch die Gegend wirft. Stun Breaker sind da sehr, sehr hilfreich. In der jetzigen Form des Wiedergängers haben wir aber keinen wirklichen Stun Breaker. Und genau das ist so ein bisschen problematisch in dem Fight. Ihr werdet gleich sehen, ich probiere ein bisschen rumzutricksen, indem ich die Maliks Form benutze, um Conditions rüber zu drücken auf den gegnerischen Drachen. Ihr seht allerdings, das wird relativ zügig eben durch die Phase mit dem Flügelschlagen zunichte gemacht. Der Fight findet auf einem Plateau statt. Das heißt, man hat durchaus die Situation, wo man von diesem Plateau runtergeworfen wird. Man stirbt dann, wobei, wenn man runtergeworfen wird und noch lebt, kann man tatsächlich mit den Gleitern sich wieder nach oben bewegen. Das zeige ich gleich auch nochmal. In einer Stelle, an der ich dann gestorben bin und neben die Plattform quasi springe. Wenn man allerdings dabei im Downstate ist oder schon kurz vorher stirbt, muss man sich oben an der Wegmarke wiederbeleben. Ihr seht, ich habe tatsächlich noch nicht mal die Keem-Bidings für mich persönlich richtig gesetzt. Also, dementsprechend, es ist halt eine Preview und noch kein kompletter Guide für den Fight, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Man erkennt halt sehr, sehr schön die unterschiedlichen Phasen, die dieser Bosskampf tatsächlich hat. Ja, der Fight dauert in dieser doch sehr, sehr kleinen Gruppe relativ lange. Ich weiß nicht, wie das später aussieht, wenn man das tatsächlich mit 20, 30 Leuten organisiert macht. Hier haben wir jetzt gerade die Phase übrigens, wo man ihm den Trotz-Sicht-Balken komplett wegschlagen muss, um ihn halt in der Luft überhaupt damagen zu können. Man sieht dann auch die Veränderungen dieses Balkens, wenn man den Vivant noch im Target hat. Da haben wir nämlich dann, ja, sieht so ein bisschen aus, als wären da Schlösser vor, glaube ich. Ich glaube, das trifft es am besten. Und da kann man ihn halt nicht mal damagen. Interessant auch, es gibt Masteries. Das habe ich in dem Mastery-Video bereits erzählt. Die einem in diesem Vivant-Fall tatsächlich helfen. Mit Harpoon unter anderem, die man benutzen kann, um ihn dann aus der Luft zu holen. Oder mit einer zusätzlichen Fähigkeit Stability, die verhindert, dass man in dieser Flügelschlagphase nach hinten genockt wird. Mein Versuch übrigens, die Zustände zu reflektieren, lief mehr oder weniger mäßig. Ich muss auch gestehen, dass die Draw-Form, glaube ich, nicht perfekt für diesen Fight gedacht ist. So, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht mit den Gleitern, wenn ihr hier tatsächlich neben die Plattform fallt. Ich werde hier gleich auch deaktivieren. Und dann bringen euch halt diese Ventilatoren wieder nach oben in den Fight hinein. Solltet ihr also mal unabsichtlich von der Plattform runterfallen oder daneben springen, seid ihr hier in diesem Fall ausnahmsweise nicht verloren. Ja, und wir nähern uns am Ende. Jetzt sehen wir nochmal die Änderungen an den Balken von Trotzig. Das ist halt, wenn wir ihm den Balken nicht komplett runternehmen, kurz bevor er anfängt zu fliegen, dann bleibt das tatsächlich die ganze Zeit gelockt. Wir können ihn nicht CC'n und wir können ihn halt auch in der Luft nicht damagen. Jetzt haben wir die Chance, theoretisch genug CC auf ihn zu bringen. Ihr seht allerdings, wir spielen alle so ziemlich Revenant, alle so ziemlich zum ersten Mal Revenant. Dementsprechend schlecht stellen wir uns bei dieser ganzen Situation an. Wir haben halt nicht genug CC, um ihn unter Druck zu setzen. Ich habe halt auch, wie gesagt, hier versucht, relativ sicher mit diesem neuen Zustand, mit dem neuen Segenwiderstand gegen den Kondi-Schaden anzudamagen, beziehungsweise überhaupt anzusustainen. Sustain trifft es, glaube ich, in diesem Fall eher. Also einfach durchzuhalten gegen die Zustände. Aber das ist halt nicht so einfach. Theoretisch habe ich auch Stability durch die Dodge Roll als Trade mit drin. Das heißt, ich hätte Möglichkeiten gehabt, mich hier zu schützen vor diesem Flügel schlagen. Aber das ist halt alles an einem ungewohnten Ort mit einem ungewohnten Setup. Ihr merkt, ich rede mich ein bisschen raus. Ist das nicht ganz so easy. Vor allem halt jetzt, wo wir dann auch noch einen fehlenden Spieler dabei hatten. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Spieler während des Fights kurzzeitig verloren. Und ja, einige waren, sind halt immer kurz vorm Downstate gewesen. Zieht sich das Ganze zum Ende hin nochmal ein bisschen in die Länge. Sehr, sehr schön gerade gesehen, wie der Drache angeflogen kommt, während wir hier halt selbst noch in diesem Glide-Modus sind. Ich glaube, ihr werdet mich noch zweimal tatsächlich sterben sehen, in den letzten Sekunden quasi, bevor der Drache das Zeitliche segnet. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fight. Nicht so anspruchsvoll wie Tick-Quartle, definitiv nicht. Das sind auch nicht die Belohnungen, die man bei einem Tick-Quartle bekommt. Es ist aber anspruchsvoller als bei einem Schatten-Behemoth oder dem Dschungelwurm aus dem Kaledon-Wald. Das ist ja für mich immer so das Negativ-Beispiel überhaupt eigentlich. Und dementsprechend ist es nett für zwischendurch. Hier waren wir auch kurz davor. Oder haben wir es sogar geschafft? Ich glaube, wir haben es sogar geschafft, ihn zu cc'n. Ja, genau. Dann ist er nämlich, anstatt seiner Flugphase, haben wir halt, dass er hier am Boden liegen geblieben ist. Oh, tatsächlich. Es ist uns einmal gelungen, ihn an den Boden zu binden. Interessant. Das revidiert übrigens meinen, wir können ihn in der Luft damagen. Das stimmt nicht. Wir können ihn am Boden halten. So war das. Ihr merkt, manches geschieht hier noch aus der Erinnerung. Und nicht jede Erinnerung stimmt immer komplett. Also wenn man den Balken trotzig wegbekommt, dann hebt er gar nicht erst ab. Und das erspart uns viel, viel Zeit. Ja, und damit haben wir den Boss jetzt auch besiegt. Es gibt die klassische Event-Belohnung. Es gibt eine Wackeltruhe mit ein paar Belohnungen drin. 25 von irgendwas, was wir noch nicht kennen. Drei Champion-Boxen. Ein bisschen Kram drumherum. Das war's auch mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Denk jetzt liken, denk jetzt abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.